Willkommen bei A-Ultra. Heute zeige ich euch, wie ihr den Entwicklermenü in der Menüleiste aktivieren könnt und allgemein in Safari für Mac. Das ist ganz einfach. Wählt, Command und Komma. Wählt hier erweitert und dann Menü, Entwickler in Menüleiste anwählen. Hier und nun seht ihr hier oben Entwickler. Nun haben wir es aktiviert. Nun könnt ihr halt auf den Quellcode und so weiter und so fort zugreifen. Ihr könnt auch ganz einfach dann auch mit Rechtsklick auf die Sourcequelle hinzugreifen. Dann müsst ihr nicht extra über den Menüpunkt hier gehen, denn es ist schon hier als Rechtsklick auch wählbar. Bis dann. Ciao.